Ich glaube, ich muss ein paar Worte über Stille sagen. Vor zwei, drei Wochen hatten wir ein wunderschönes Retreat in Trypylia in Ukraine. Es war Frühling und sehr warm, mit blühenden Bäumen und Blumen. Kuckucks gab es dort. Und es war ein stiller Retreat. Und wir waren sehr still. Und aus dieser Stille heraus ist es wohl verschiedenen Leuten gelungen, tiefer nach innen zu fallen. Und heute haben wir ein dreitägiges Retreat beendet. Hier in Hittorf. Und wieder hatten wir ein stiller Retreat. Und ich kann fühlen, wie kraftvoll der Rat ist, still zu sein. Also zunächst erstmal nicht zu sprechen. Was nicht so einfach ist. Weil uns beigebracht wurde, dass wir uns verbinden durch Reden erstmal. Und auch dem zu entkommen, was wirklich in uns ist, Das machen wir oft dadurch, dass wir uns auf andere beziehen. Und das tun wir vor allem durch Reden. Aber wenn wir zwei, drei Tage nicht sehr viel sprechen, dann können wir spüren, dass wir einfach mehr nach innen kommen. Und sobald wir uns tiefer nach innen bewegen, werden wir uns mehr gewahr, was in uns geschieht. Und so für einige Leute, die zuvor spirituelle Arbeit gemacht haben, Und die haben direkt einen großen Nutzen können, die aus dieser Stille ziehen. Und die fallen tiefer in die Stille hinein. Und die, für die das nach innen schauen, neuer ist, Die entdecken vielleicht, dass ihr Verstand sehr unruhig ist. Und die bekommen vielleicht auch die Möglichkeit, einige Muster ihres Verstandes wahrzunehmen. Und wie die Gedanken im Verstand uns in Emotionen hineinführen. Und es ist okay, das einfach so zu lassen, wie es ist. Aber nach und nach möchten wir doch eigentlich stiller und stiller werden. Und so ein wunderbar einfaches Mittel, aber nicht ganz einfach zu tun, ist, dass es nicht so einfach zu sprechen ist. Ein sehr einfaches Mittel, aber es ist nicht so einfach, still zu sein und nicht zu sprechen. Und an diesem Wochenende haben wir wieder festgestellt, dass viele Leute von dieser Stille einen sehr großen Nutzen haben, dass ihnen das sehr viel bringt. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass wenn du darin investierst, still zu sein, dass du dein ganzes Leben lang davon einen Nutzen haben wirst. Und hier in der Gemeinschaft bekommen wir in der letzten Zeit sehr viel Rückmeldung, dass die Leute eine gewisse Leichtigkeit bei uns wahrnehmen. Und ein offenes Herz. Und es ist deutlich, dass das eine Frucht ist von jahrelanger gemeinsamer Meditation. In unserer Gemeinschaft haben wir eine Morgenmeditation, eine Mittagsmeditation und eine Abendmeditation. Und manchmal haben wir während der Woche drei spirituelle Veranstaltungen abends. Und es ist sehr deutlich, dass über die Jahre die Leute von diesem Programm einen sehr großen Nutzen haben. Und du könntest auch, es würde dir auch viel bringen, wenn du zu Hause bist und zum Beispiel alleine oder mit einem Partner regelmäßig meditierst. Und du könntest auch, es würde dir auch viel bringen, und du könntest auch, es würde dir auch viel mit... Vor Phariseierendorfer-Kamera Oder wie soll es gewinnen. iez. Aufschlassig. oder irgendwelchen